Wuchtiges Mega-Entlastungspaket beschlossen. Millionen Rentner, Studierende und Arbeitnehmer werden entlastet. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Bundeskanzler Scholz verkündete am 4.9.2022 gegen 11 Uhr ein neues, wuchtiges, wirklich Mega-Entlastungspaket. Kanzler Scholz sieht die Sorgen der Bürger wegen der gestiegenen Inflation, ausgelöst durch den Krieg Putins gegen die Ukraine. Scholz hat in der Pressekonferenz am 4.9.2022 ab 11 Uhr wörtlich versprochen, dass niemand in Deutschland alleingelassen wird. Das neue Entlastungspaket umfasst 65 Milliarden Euro. Die wichtigste Botschaft für mich aus diesem Entlastungspaket ist, dass Übergewinne abgeschöpft werden. Strompreisordnung wird reguliert. Es werden Erlös-Obergrenzen für Strom, Gas, Kohle und Öl eingeführt, als regulatorische Maßnahmen. Da sage ich, wer Solidarität von uns als Bürger fordert, indem wir Gasumlagen zahlen, der muss auch im Gegenzug dafür sorgen, dass Betriebe, die hier Mega-Gewinne machen, diese Gewinne in den Haushalt einzahlen, damit wir auch in den schweren Zeiten über die Runden kommen. Die CO2-Bepreisung wird nicht weiter steigen. Das ist auch eine wichtige Maßnahme, dass also praktisch die monatlichen Strom- und Gaskosten bei uns nicht weiter steigen durch die höhere CO2-Bepreisung. Es wird eine sehr große Wohngeldreform geben. Der Kreis der Berechtigten von aktuell 750.000 wird auf 2 Millionen steigen und es wird einen zusätzlichen Heizkostenzuschuss von 415 Euro geben. Die für den Oktober 2022 schon erhöhte Midijob-Grenze bis 1.600 Euro wird im Januar 2023 auf 2.000 Euro steigen. Das heißt also für viele Menschen mit wenigen, für viele Menschen, Arbeitnehmer mit geringen Einkünften wird es so sein, dass sie mehr Netto vom Brutto haben. Auch eine sehr gute Maßnahme. Es wird Einmalzahlungen für Rentner in Höhe 300 Euro geben. Es wird Einmalzahlungen für Studierende, Fachschüler, Auszubildende bis 200 Euro geben. Es wird ein Nahverkehrticket kommen ab 2023 in einer Spanne 49 bis 69 Euro, was dann bundesweit gilt. Arbeitgeber dürfen 3.000 Euro steuerfrei im Jahr 20 oder ab 2023 an Arbeitnehmer wegen erhöhter Energiepreise zahlen, ähnlich wie diese Corona-Beihilfe, die wir als Arbeitgeber an unsere Mitarbeiter gezahlt haben. Ich hoffe, es haben viele gemacht. Also ich zum Beispiel habe es gemacht, dass wir also hier als Arbeitgeber unseren Arbeitnehmern hier einen entsprechenden Zuschuss steuerfrei gewähren dürfen. Auch keine schlechte Maßnahme. Und last but not least in den vielen angekündigten Entlastungen auch was ganz Wichtiges. Der Regelsatz beim neuen Bürgergeld ab 2023 steigt auf 500 Euro. Das sind alles gute Maßnahmen. Und ich hoffe sehr, dass wir mit diesem Entlastungspaket und mit den anderen schon vorher bekanntgegebenen Entlastungspaketen jetzt gut durch den Winter kommen und dass der soziale Frieden in Deutschland gewahrt bleibt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.